guten morgen ich wollte heute ein follow my day mal irgendwie drehen also ich habe eigentlich nichts spannendes geplant vielleicht fahre ich mal spontan in die stadt nachher aber ich mache nachher noch Nudeln, Quatsch Kartoffelsalat das kann ich ein bisschen filmen dann kommt auch mein neues iphone ich kriege jetzt endlich mein iphone 5s das kommt heute dann ja also nichts spannendes ich werde einfach mal zwischendurch immer ein bisschen filmen mal gucken was dabei rauskommt und dann schauen wir mal ich werde meine haare füllen kommt aus der dusche und dann schauen wir mal weiter so jetzt gibt es jetzt mal kaffee und wenn ich mache auch manchmal ein latte macchiato dann mache ich mir diesen sirup rein das ist sooo lecker jetzt mache ich mir erstmal noch mal ich habe völlig verplant den kartoffelsalat zu filmen weil die küche die war ein chaos und ja ich kann auch nachher mal das Endegebnis zeigen aber der ist sooo lecker und jetzt fahr ich gerade ins solarium weil mir arsch kalt ist mein iphone kam nicht ich glaube das kommt auch nicht weil die 11 war schon da ich bin ganz traurig jetzt fahr ich jetzt mein solarium und dann muss ich noch einkaufen und dann ich schaue und die leute wie doof waren das ist immer so dämlich draußen zu filmen bis später hier die gegend die finde ich so schön in der sackgasse fahr ich jetzt durch und dann kommt gleich ein ganz schönes häuschen das möchte ich gerne haben ja ich bin schon eingefroren weil ich bin nicht mit der bahn gefahren ich bin so gerollert weil das wetter ist eigentlich schön aber kalt ich komme gleich mein häuschen hier rein finde ich so schön jetzt bin ich fertig im solarium und fahre ich wieder zurück und einkaufen ich werde nur bei russmann gucken ob es da irgendwas gutes gibt mal schauen duftkerzen brauche ich bin moment duftkerzen verrückt ja und ich bin so durchgewärmt das war richtig richtig cool ja so jetzt bin ich gleich da ich hab's ja kuschelig gemacht mit duftkerzen ja und mein sendungsstatus bei dhl ist erst bei 60 prozent und ich möchte doch mein iphone haben ich bin so ein kleines kind aber ja also eigentlich ist das eine coole sache dieses sendungsverfolgungsding einmal sitzt davor und aktualisiert das alle fünf minuten und es passiert nichts egal aber morgen morgen bin ich ganz guter dinge lecker 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 es kam doch noch mein iphone 5 werde ich erst mal hier ähm backup von meinem alten machen womit ich ja gerade noch filme und dann werde ich das backup auf mein neues ja ich hab das spacegrau genommen ich bin gespannt jo wird jetzt erstmal erledigt guten morgen ich mach meinen kaffee ich filme glaube ich jetzt über 2-3 tage weil das ist einfach zu wenig und hinter mir macht king Stress weil er hungert king king guck mal jo was ist denn ja die haben auch hunger und king macht dann immer so ein bisschen randale weil er dann immer kurz vor hoher droht ist nicking du hast hunger ne jo du hast hunger armes möpschen ja ja ich mach jetzt den mal kaffee und dann fütter ich die kleinen raubtiere und dann mal schauen was ich heute noch für starte also ich habe jetzt ähm vorgenommen pressen ich hatte einmal saft grapefruits anderthalb kilo und ähm saftorangen wie viele sind das genau die sind auch so viel ja und die werde ich mit der guten alten handpresse pressen da kommt Freue auf mal gucken wie lange ich es durchhalte ja guten morgen wir haben heute freitag 13 und ich hatte ähm spontan besuch von punkt 12 eben also um 8 uhr war der Termin wir haben jetzt äh kurz nach halb neun und zwar ging es darum ich weiß nicht ob ihr das mitbekommen habt dass auf äh jetzt überall in medien diese red tube ähm abmahnungen kursieren also per schriftlich oder per e mail und ich war auch eine natürlich davon betroffen hab die per e mail bekommen und dann hat punkt 12 gestern schon bericht darüber gesendet und hat dann ähm auf facebook äh auf der seite gefragt ob es halt auch betroffene gibt die sowas bekommen haben und dann hab ich denen eine e mail geschrieben kurz und dann kam kurz danach ähm anruf ob ich nicht bock hätte ähm kurzen bericht darüber zu drehen hab ich ja klar weil ich hab ja schon mit punkt 12 mal erfahrungen gehabt und die sind dann heute morgen um 12 gekommen ach um 8 gekommen und das wird auch heute gleich ausgestrahlt aber wenn das video online geht dann ist das eh schon vorbei aber wie gesagt die haben mich nur gefragt wie ich reagiert habe auf die e mail und wie ich ähm da gehandhabt habe und ja also nichts besonderes war halt so ne ist halt so ne spam mail wenn man den anhang öffnet dann hat man ein virus auf dem laptop und ja hm das war es eigentlich ähm ansonsten mal gucken was ich heute noch mache ja mal schauen ob ich die kamera noch weiter begleite mal gucken so ich glaube ich ähm beende jetzt mal das follow me okay das war ja jetzt spannendes aber ich dachte ja so einen kleinen alltagseinblick wollt ihr vielleicht auch mal sehen oder so mal gucken also ich weiß ja nicht ich versuche das jetzt noch hochzuladen das video vielleicht ist es ja noch vor 12 online dann seht ihr ja dass punkt 12 da war und ansonsten wünsche ich euch dann ein schönes wochenende ähm genießt es entspannt und dann sehen wir uns beim nächsten mal tschüss 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 tschüss